Musik So meine Freunde, ich bin's wieder, euer Pupika, willkommen bei Watch the Geekman und heute die Klasse vom Schurkenplayer, es ist eine S&Z-Klasse, ich spiel trotzdem frei für alle Vektor Kanzi mit Schaltung von Vollmann, Geschwister, Schnellziehgriff, extra 1, Skuse, schon weißt du, extra 2, flinke Hände, extra 3, Werksamkeit, Primärgranate, Kampfachs, Taktik, habe ich Splendgranate und Wildcards, habe ich die Primärwaffe, dass ich noch den Schnellziehgriff mit reinpacken kann und ja, erstmal alle muten hier, Seth out, komischerweise, ein Kollege hier im Team Speak, ist auch mit dabei, total witzig, bin gerade hier S&Z, Quatsch, frei für alle gejoint, da war er auch mit drin Melkda und Pelucheskan, bin Pakistan, frei für alle meine Freunde Danke Schurkenplayer auf jeden Fall für deine Klasse Ist schon etwas her, dass du mir die geschickt hast, aber ich muss ja die anderen auch erst mal ran machen, ja, dran, dran bringen und ja, da das auch ein bisschen gefragt ist gerade hier, bei mir, irgendwie, alle wollen I love your class sehen, dachte ich mir, ach komm, haust es raus noch ins die Woche, ja, kriegst sowieso von Sack, dein Glück habt, Ari NL, Ari NL, und Leute bitte, postet bitte keine Klassen mehr unter, unter, in die Kommentare rein, unter das Video, keine Klassen unter die, unter das Video posten weil, ähm, ja, das soll ja Überraschungskwale, Überraschungseffekte quasi sein und es wäre nicht so cool, wenn das andere hier mitkriegen was ihr mir verklassen schickt, deshalb, äh, bitte PN bei YouTube oder bei Facebook liegt der da im Drecke, Blackie, ey, es kann doch wohl nicht wahr sein Mann, muss man da oben einen Tomahawk reinfacken Oh Gott, nein, von der Seite Ohr noch, hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen, ne jetzt bin ich ja, äh, ich mag, ich mag eigentlich die Vektor auch nicht aber, oh, da hab ich den Self-Out geholt, ne also Leute, bitte keine Klassen mehr unter die Videos posten na, oh Gott, jetzt werd ich ja bedrängt Ja, kriegst sowieso Self-Out hier Nein, da kommt ja noch einer um die Ecke gechargt das kann doch wohl nicht wahr sein Oh hier, warte Wenn hier einer ist Wo war'n denn? Oh, 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 Self-Out schon wieder Nein Erkennt der, das ist der Eierwund Darf doch wohl nicht wahr sein Oh, hier draußen ist Party Nachladen hier Oh, kommt er doch wieder von hinten Na, wo ist denn der jetzt? Ja, Blacky, er ist nämlich keine Chance hier gegen Bubiker Warum musst du mit rechnen, dass ich auch mal von hinten komme? Hä? Wo seid's? Freunde, hä? Oh, nee! Paschnack, ey! Scheiße! Komm! Wie ist der Ohn hier mit der Klasse? Oh, er sitzt ja da im Drecke! Der Halunke! Kabum heißt er, kabum! Oh, hier ist keiner Aber hier kommt bestimmt gleich einer Ne? Hallo? Da oben lief der Eierwund Da hab ich aber Da hab ich aber Ganz schön Glück gehabt hier Ah, jetzt müssen wir sie mal ohnen, Freunde In sie sichten Juhu! Hallo? Nein! Self-Out! Ist nicht dein Ernst, Alter! Ist nicht dein Ernst Tomag reinfacken Oh, da hab ich sie bei ihnen getroffen Juhu! Party! Puppigöste! Hallo? Oh, T-Becken! Oh, oh! Keiner da! Oh, hier unten Oh, Self-Out ist down! Oh, Clemo! Hab ich Glück gehabt wie kein anderer! Meine Fresse, ey! Na, Self-Out hast keine Chance hier gegen Puppiger Ja, und du auch nicht? Drohne, Freunde? Hab ich hier mal ein paar andere Ausrüstungsgegenstände mit? Oh, da hinten, da hinten, da hinten, Freunde Na komm, bleib stehn, Junge Puppiger will dich doch nur ohnen! Gott! Oh Gott! Meine Fresse, wo sind sie denn hier? Boah, SG Blackie ist erster hier, den kriegen wir aber noch Den Schweinehund, der spinnt wohl! Er hat gar keiner ne Clemo gelegt, komisch Keiner da hier, hallo? Wo seid's bitte? Ja, Blackie, komm! Lass es sinnen! Wenn du auf mich triffst, kannst es klicken! Wird er außen rumlaufen hier? Oh Gott! Na komm, Blackie, komm! Ja, komm! Lass sein C4 bei dir, Freund! Jetzt haben wir keine Munition gleich mehr! Nein! Nein, im Moment wurde ich getötet Komm, flaschen, flaschen, flaschen! Verdammt, Axe! Tomark da hinterschmeißen! Oh oh! Hier hat er einen Hunter Killer gestartet Gestartet! Start it up! Uhuhu, Blackie! Blackie! Oh, nee, Pechnack! Pechnick! Paschnick! Wie auch immer! Ja! Blackie, hab ich dich geholt! Ist keine Chance hier! Sag's doch! 18,8, Freunde! I love your class hier! Wuhuuu! Nein! Blackie! Ah, die Drecksau! Der nervt mich jetzt ein bisschen, dieser Blackie! Ich bleib mal hierhin! Ich geh jetzt nicht mal da! Ah, hab ich runtergeholt! Hat er keine Chance hier! Oh Gott! Nein! Paschnick! Mann! Bleib doch da, wo du bist, Junge! Ja, Blackie! Wieder du! Sage doch, lege dich nicht mit dem Popiker an! Ich sage dir's doch! Mensch! Oh Gott! Von hinten wieder dieser Blackie, Alter! Ich raste hier noch aus! Oh, nee! Das ist ja ein üblicherer One-on-One-Kampf und nicht anderes! Komm, stirb, kaputt! 3, 2, 1, go! Nein! Oh, Glück gehabt! Ich kenne... Nein! Oh! Und überall Claymores! Und hast du nicht gesehen? Tom Hock da oben reinfacken! Flash da oben reinfacken! Ah! Ja, fast ein Double-Kick gewesen! Oh, das wird jetzt aber ein knappes Ding hier mit dem Blackie! Komm, stirb! Li... Wo ist denn der Typ? Wo ist denn der Typ? Weg ist er! Kann doch nicht wahr sein! Ja, das kannst du aber knicken, Junge! Verbarrikadiert sich hier mit seinen scheiß Claymores! Was? Ja! Komm schon, komm schon, komm schon! Fünf Kills sind wir noch entfernt hier, Freunde! Was anderes außer patrouillieren kannst du hier eh nicht machen! Ja! Da hast du eh keine Chance! Du kannst knicken, Junge! War doch jeder! Hallo? Limona 101, hallo? Na, komm! Wo ist denn jetzt hier der Rest? Ich brauch nur noch drei Kills da oben! Nein! Eben wie, 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 wie! Meine große Oma habe ich hier! Eben wie meine große Oma! Höh? Hallo? Ja? Komm, mir, Hunter-Killer! For the win! GG! Woo! Konnte ich es nicht anders machen, Freunde! Ich habe gewonnen hier, ne? I love your class vom Shurkenplayer! 30-15! Gar nicht mal so schlecht! 2-0-er-KT! Da passt die Sache! Da wollte ich ihn eigentlich mit der Handwerkkiller holen! Ah, naja! Da habe ich hier ein bisschen leicht geschossen! Und Blacky kann natürlich nichts, ne? Blacky ist Dritter hier jetzt geworden noch am Ende! Paschnik hat es noch überlebt! Seth out vier! Da wunderbar, meine Freunde! I love your class! Ren, ihr Hauen! Euer Pupika! Vielen Dank, Shurkenplayer, für deine Klasse nochmal! Oh, da habe ich sogar einen Tarnung freigeschaltet! Naja! Player lift! Naja! Das war's! Rei! Bis zum nächsten Mal.